Johann Peter Hebel Schatzkästlein des Rheinischen Hausfreundes Die Besatzung von Oggersheim Zu Oggersheim, gegenüber von Mannheim, um die Wahl etwas weiter oben oder unten, je nachdem man sich stellt, als im Dreißigjährigen Gris unversehens die Spaniolen vor Oggersheim anrückten, flohen fast alle Einwohner nach Mannheim. Nur zwanzig Hausfälter blieben zurück und hatten das Herz, die Zugbrücke aufzuziehen und die Tore zu schließen. Es gehört nicht viel Herz zum Schließen, aber zum Öffnen. Denn als der spanische Feldhauptmann Don Gonzalva hineintrompeten ließ, wenn er bis morgen um diese Zeit den Platz nicht übergebt, ließ er hineintrompeten, als dann gibt Acht, wer am Leben bleibt, wenn ich den spanischen Sturm erschlagen lasse und doch hineinkomme. Da sahen die Helden einander an und sagten, der Weg nach Mannheim ist doch der sicherste. Nur einer dachte, was soll ich tun, meine Frau steht an ihrem Ziel, soll sie unterwegs oder gar auf dem Rhein ins Kindbett kommen? »In Gottes Namen, ich bleibe da!« Als nun die anderen alle sich geflüchtet hatten und er noch allein in dem Städtlein war, trat er mit einem weißen Fähnen auf die Stadtmauer und rief in das spanische Lager »Rund und zu wissen sei ich im Namen des Herrn Kommandanten von Oggersheim, der Garnison und der ehrsamen Bürgerschaft. Ihr sollt uns versprechen, das Eigentum zu schonen und die protestantische Religion unangefochten zu lassen. Wenn Ihr dieses thut und halten wollt, so sollen Euch in einer Stunde die Stadtthore geöffnet werden. Ich, der Trompeter.« Da sah der Feldhauptmann und seine Leute einander an. »Ja! Nein! Nein! Ja! Was sollen wir katholisches Blut vergießen lassen, sagte endlich der Feldhauptmann, um einen ketzerischen Altar umzuwerfen, oder was werden wir in diesem Bauernstädtlein für Schätze finden, und rief mit lauter Stimme »Akkordiert!« Nach einer Stunde, als der Feind mit geschlossenen Reihen und Gliedern, mit fliegenden Fahnen und klingendem Spiel einzog, am Ossertor war niemand. »Sie werden im Inneren sein.« »Am inneren Tor war auch niemand.« »Sie werden auf dem Platz sein.« Auf dem Platz stand Mutterseelen allein mit dem weißen Fähnlein der herzhafte Burgersmann. »Was soll das heißen, wo ist der Kommandant und die Besatzung, wo ist der Bürgermeister und der Rat?« Da fiel der Burgersmann vor dem Feldhauptmann auf die Knie nieder. »Gnädiger Herr, ich bin der Einzige, der sich Euren Großmuth anvertraut hat. Die anderen sind nach Eurer Aufforderung alle nach Mannheim geflohen. Nur meine Frau ist noch bei mir im Städtlein, aber ein ellenlanger Recruit wird nächster Tage eintreffen. Unterdessen bin ich mein eigener Kommandant und mein Trompeter, mein Gemeiner und mein Prophos. Wenn ich seit gestern hätte desertieren wollen, ich hätte mich selber wieder einfangen und Spießruten jagen müssen.« Da lächelte der Feldhauptmann und hieß ihn aufstehen, und obgleich die Spanier zur Zeit des dreißigjährigen Krieges keinen Spaß verstanden, so leistete er doch, was er versprochen hatte, und noch mehr. Denn, als den andern Morgen der brave Burgersmann wieder zu dem Feldhauptmann kam, »Io Gnaden, « sagte er, »wolltet Ihr mir nicht auf eine Viertelstunde Euren Feldpater leihen, wenn er evangelisch taufen kann? Der ellenlanger Recruit ist angekommen und schon einquartiert.« Da sagte der Feldhauptmann, »Ja, braver Kamerad, und ich will Gefatersmann sein und dein Kind zur Taufe halten!« Also hielt der General das Kind zur Taufe und schenkte ihm ein spanisches Goldstück zum Andenken. Den folgenden Tag zogen die Spaniolen wieder weiters.